Die VR-Banking-App – Schritt für Schritt erklärt Geld versenden mit Quit Öffnen Sie die VR-Banking-App und wählen im Hauptmenü die Funktion Quit aus. Klicken Sie zunächst unten rechts auf Kontakte. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um das Suchfeld zu aktivieren. Tragen Sie hier den Namen der gewünschten Person ein. Wählen Sie Ihre Zielperson aus und wählen Sie rechts unten Geld senden. Geben Sie nun einen Betrag und eine Nachricht ein. Bei Quit können Sie alle Beträge bis zu 30 Euro blitzschnell und ohne TAN überweisen. Ihre Anfrage wird verarbeitet. Dies kann einige Minuten dauern. Glückwunsch! Sie haben Geld erfolgreich versendet. In der Übersicht sehen Sie nun eine neue Position. believe in der Beispliebe. Steigen hier vor der Beispie alle geteign plane. BeispäACE